Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde zu einem weiteren Sons of the Forest Informationsvideo Freunde und zwar hat IGN den zweiten Teil von ihrem letzten Gameplay Trailer, sag ich jetzt mal von ihrer Preview wo die Macher selbst nochmal zu den einzelnen Punkten Stellung beziehen, nochmal ein paar neue Infos und Details preisgeben Wenn ihr nichts verpassen wollt Freunde, bleibt dran, im Hintergrund seht ihr das Interview und ich fasse euch alles auf Deutsch zusammen, let's go! Der erste Punkt betrifft nochmal Kelvin, die Macher sagen, im Multiplayer geht es auch wieder 1 bis 8 Spieler aber da man ja im Singleplayer relativ alleine ist, gibt es in diesem Teil halt Kelvin und auch diese dreibeinige Lady Allerdings ist Kelvin eher in dem Sinne hilfsbereit, was Bauen, Kämpfen, Ressourcen angeht Also ihr könnt ihm halt wirklich die Anweisung geben, Sticks zu sammeln, Steine zu sammeln, bei der Base mitzubauen Wenn ihr in Fight-Situationen seid, sagen die Macher auch, er kämpft mit Er ersetzt allerdings keinen Online-Spieler, also keinen richtigen Spieler Sie haben gesagt, Kelvin ist schon eine coole Hilfe und Kelvin ist auch cool zu haben Aber Kelvin ist nicht so OP wie, keine Ahnung, jetzt ein richtig guter Sons of the Forest oder The Forest Spieler Also er hilft euch auch im Kampf und ihr könnt ihn auch nutzen und er wird euch auch verteidigen Aber er ist halt nicht so stark, dass er quasi alle Gegner alleine fertig macht Ihr euch entspannt zurücklehnen könnt und Kelvin alles dann in Ruhe erledigt Ihr könnt Kelvin, wie die Macher aber sagen, auch zum Beispiel wieder einen Kassettenrekorder geben Und er macht euch dann die ganze Zeit Musik, ihr stellt ein, dass er mit euch rumläuft Und während ihr dann quasi Bäume fällt, den Wagen zur Base wieder zieht und so läuft er die ganze Zeit neben euch her Und ist quasi ein Walkman to go Also die Grenzen mit ihm sind maßlos groß, aber auch nicht zu OP eingestellt Und die einzige Möglichkeit, um Kelvin halt loszuwerden, ist ihn halt wirklich umzubringen Und dann ist er auch weg und kommt aber auch auf gar keinen Fall wieder Das sagen die Macher auch schon direkt, also da muss man sich entscheiden Der nächste Punkt betrifft das gesamte Wettersystem Und zwar sagen die Macher, das Wettersystem wirkt sich enorm Einmal auf das Spielverhalten im Wald aus Also das bedeutet, wenn Winter ist, wachsen zum Beispiel keine Blaubeeren oder insgesamt Beeren an den Büschen Keine Pilze mehr so wirklich auf dem Boden Und im Sommer hat man zum Beispiel prall gefüllte Bären Überall die Tiere rumhüpfen Und im Winter gleicht sich das Wettersystem wohl komplett auf alles an Die Tiere verhalten sich anders, die Gegner verhalten sich anders Man selbst muss sich anders verhalten, weil zum Beispiel kleine Seen einfrieren Und man dann keinen Zugang mehr zum Fisch hat und eine andere Essensquelle finden muss Wie zum Beispiel Rehe Man sollte sich zum Beispiel auch für den Winter ein gewisses Essenslager anrichten Damit man zum Beispiel im Winter nicht ständig unterwegs sein muss, um noch Essen zu finden Genau so betrifft es aber auch die Gegner Die Gegner haben genau dieselben Probleme Müssen mit der Kälte klarkommen, mit dem weniger Essen klarkommen Mit den ganzen Problemen, die quasi ihr habt Müssen jetzt auch alle anderen im Wald klarkommen Sei es Tiere, der Wald an sich, sowie die Gegner Alles wirkt sich auf den Wald aus Nicht nur, ja, wie sonst auf euch Im nächsten Punkt geht es nochmal um das Bauen an sich Ähm, die Macher sagen ganz klar von The Forest Mit Blaupausen wird es gar nichts mehr in die Richtung geben Dieses Mal ist es komplett frei Und die einzige Grenze ist eure Fantasie Wie ihr quasi bauen wollt Ähm, sie sagen Alles ist komplett anpassbar Man kann, ähm Wenn man jetzt Bäume setzt Sie spalten für den Boden Man kann sie platzieren für Wände Man kann einfach Fenster rausschlagen Man kann Teile nochmal, ähm Wie im Hintergrund teilweise zu sehen Baumstämme in verschiedene Teile unterteilen Man kann überall Sachen noch draufstecken Drunter bauen, dran bauen Sie sagen außerdem, dass das Baumfällen jetzt noch Viel realistischer, noch detailgetreuer Noch einzigartiger wirkt Und noch mehr das Gefühl gibt Wirklich einen Baum zu fällen Sie sagen, alles wurde so überarbeitet Dass es komplett realistisch und frei Und gar keine Grenze mehr gibt Sie sagen, sie haben selbst schon eine Base gebaut Mit Außentüren, mit Verteidigungswellen Und allem was es gibt Also es gibt quasi keine Grenze Ihr müsst entscheiden, wie ihr es macht Sie sagen, außerdem haben sie extrem an den Details gearbeitet Alles was gerendert ist Ist noch viel stärker überarbeitet Noch besser überarbeitet Und soll am Ende halt einfach nochmal das Gefühl vermitteln Alles wirklich, was man setzt Soll richtig realistisch und echt aussehen Und am Ende so sein, wie ihr es wollt Halbe Wände, ganze Wände Da eine Tür, da ein Fenster Und nicht mehr wie früher Genau in der Mitte muss das Fenster sein Genau muss da was sein Dieses Mal entscheidet ihr frei Und setzt alles frei, wie ihr es am Ende wirklich wollt Der nächste Punkt betrifft die Map Und zwar ist die Map wirklich viermal größer als von Teil 1 Die Map ist größer, detaillierter Es gibt nicht wirklich Biome Aber die Macher haben gesagt Es gibt verschiedene Bereiche Manche Bereiche sind komplett von Bäumen durchsät Andere Bereiche haben zum Beispiel andere Bäume Es gibt Bereiche, die relativ kahl und tot wirken Wo zum Beispiel nur Büsche wachsen Und wenig Bäume Es gibt Wasserstellen, die jetzt wirklich realistisch wirken Wo das Wasser mitläuft Tiere und auch Gegner treffen sich am Wasser Um zu trinken Also es ist halt wirklich eine natürliche Ressource Die auch die Tiere nutzen müssen Sie haben gesagt, sie haben nochmal viel mehr Wert darauf gelegt Dass alles realistischer ist Es gibt fünfmal so viele Variationen an Pflanzen Als im ersten Teil Sie sagen, egal in welchem Bereich man sich im Wald aufhält Und egal wo man hinguckt Es wirkt halt wirklich diesmal so Als ob man in einem Bereich, in einem Wald steht Und nicht irgendwie in einem Game ist Sie sagen, dass alles komplett überarbeitet wurde Und sie auch wirklich versucht haben Dieses Mal dieses Gefühl Okay, man kommt jetzt in eine etwas kahlere Lichtung Von einem Berghang Wo es eh nicht so bewachsen ist Wenn man dann wieder tiefer ins Tal kommt Ist auf einmal alles komplett zugewachsen Man kann quasi vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen Auf einmal ist irgendwo ein See Durch den ganzen Nebel und die neue Grafik Und all das, was sie jetzt quasi einbauen konnten Sagen sie Es wirkt halt wirklich wie ein realistischer Wald Und die Leute sollen sich einfach nur freuen Der nächste und letzte Punkt Betrifft nochmal die Gegner und Tiere an sich Das gesamte AI-Verhalten wurde überarbeitet Nicht nur die Gegner haben wohl Gedanken Und merken sich gewisse Aktionen, die ihr ausführt Zum Beispiel, dass ihr immer direkt angreift Oder dass ihr eher zurückhaltend seid Sondern auch die Tiere merken sich Okay, wenn ihr euch nie um Tiere schert Werden die Tiere etwas zutraulicher Wenn ihr natürlich jedes Tier sofort erlegt Werden Tiere auch misstrauischer Genauso ist es mit den Gegnern Und die Gegner untereinander Haben auch nochmal ein Verhalten Gewisse Gegner mögen gewisse andere Gegner nicht Zum Beispiel die Fingers mögen gewisse Kannibalen nicht Und die verhauen sich gegenseitig Und ihr könnt dann die Entscheidung treffen Ob ihr wartet, euch nicht in den Kampf einmischt Und erst wartet, dass zum Beispiel der Finger Die ganzen Kannibalen auslöscht Und ihr euch nur auch alleine um den kümmern müsst Aber genauso sagen die Macher Ist es dieses Mal wirklich extrem Alles, was ihr macht Kann sich positiv sowie negativ auf euch auswirken Weil Gegner und Co. sich halt erinnern Außerdem ist es so Dass jede Entscheidung, die ihr trefft Und auch Kampfverhalten, wie ihr fightet Zum Beispiel die Gegner beeinflusst Die Gegner können mehr Rüstung tragen Die Gegner werden irgendwann in größeren Gruppen kommen Die Gegner werden versuchen, eure Basen anzugreifen Außerdem haben die Macher auch dazu gesagt Dass es diesmal so ist Dass es wie im ersten Teil Anführer gibt Aber dieses Mal diese Anführer auch wirklich Entscheidung treffen Zum Beispiel kommt eine Kannibalengruppe Wie früher mit einem Anführer Hat der Anführer die Entscheidung getroffen Wir greifen jetzt an Und raiden die Base Dann werden die Leute, die eher Mitläufer sind Diese Entscheidung ausführen Es kann aber sein, dass ihr den Anführer ausschaltet Und gewisse Gegner schon verletzt habt Angegriffen habt, sie euch auch angegriffen haben Und die Gegner sich dann auch wieder zurückziehen Und erstmal abhauen Weil die Gegner entweder zu wenig Leben haben Zu erschöpft sind für den Kampf Und quasi genauso wie ihr Realistische Entscheidungen im Game trefft Also genauso wie ihr Sind die Gegner dieses Mal wirklich Quasi wie echte Gegner Und trotzdem sagen die Macher Dass die Entscheidungen nicht vorgescriptet sind Und halt spontan im Spiel immer wieder entstehen Und dadurch dieses Gefühl Dass die Gegner wirklich diesmal echt sind Ein eigenständiges Denken und Leben haben Noch viel, viel mehr so wirkt Als es in Teil 1 war Und genau so auch auf die Gegner Wirkt sich das Wetter aus Also heißt im Winter Verhalten sich auch die Gegner wieder anders als ihr Weil auch die Gegner im Winter Das Essen suchen müssen Oder schwerer an Essen kommen Und schwerer durch die Kälte kommen Und genau so Gleicht sich das auf alles an Also verhaltet ihr euch sehr aggressiv Immer direkt drauf Baut euch eher ein Seid eher freundlich Dieses Mal wird es sich wirklich auf das Spiel auswirken Und wie die Gegner sich verhalten Dazu kommt aber Dass viele Gegner eigene Entscheidungen Sowieso schon treffen können Und man dann noch erstmal entscheiden muss Ist es zum Beispiel ein Anführer Ist es eine kleine Gruppe Ist es eine große Gruppe Sind es wie sie sie nennen Die Muddies Sind es Finger Sind es Mutanten Sind es gemischte Gruppen Und all das kommt am Ende Auf euer Spielerlebnis Und das Verhalten Wie die Gegner sich gegenüber euch verhalten Hinzu Und dann müsst ihr mal sehen Wie lange ihr quasi schafft zu überleben Wenn euch dieses Video gefallen hat Oder sogar noch Informationen gebracht hat Die ihr nicht kanntet Würde ich mich sehr über ein Abo Und ein Däumchen nach oben freuen Schreibt auf jeden Fall eure Meinung Zu Sons of the Forest In die Kommentare Ich würde mich freuen Ich bin einfach nur noch So gehypt Freunde Nichtmals mehr ein Monat Und wir alle können zocken Let's go Ich wünsche euch noch einen schönen Tag Macht's gut Haut rein Peace Out 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 Out